Wir standen damals vor der Frage, wie geht es weiter auf dem Betrieb und haben uns dann entschieden, dass wir weiter in Richtung Milchverarbeitung gehen, weil das ist einfach das, wo wir Know-how haben. Wir haben hier eine tolle Futtergrundlage für die Kühe, wir haben eine tolle Kuhherde mit Kühen mit Namen und Hörnern, wir haben einen Bauern, der gerne die Kühe melkt. Also wir haben fantastische Milch und das war einfach unser Pfund, mit dem wir auch wuchern wollten.